Ramona Neugier – euch nimmt's Wunder, sie findet's draussen. Heute mit. Dimo, zum ersten Mal für «Wer singst du? Jetzt weiss ich, das bist du». Ich muss schon mit so einer Antwort anfangen, das ist leider blöd. Aber das habe ich bis jetzt immer für mich behalten und das werde ich auch für mich behalten. Aber das Coole am Song ist, dass es einfach ein universeller Song ist, das man auf so viele Leute übertragen kann. Und ich glaube, dass jeder sein eigenes «Tado». Bist du in einer Beziehung? Sagst du das nicht? Nein, das sage ich nicht. Wieso schütztest du dich von dem? Ich finde, es ist etwas, das nicht mit meinem Künstler daran zu tun hat, sondern mit meinem privaten Leben. Ich interessiere mich sehr für dein Privatleben. Darum möchte ich gerne auch wissen, wann du das erste Mal Sex gehabt hast. Äh, uuuh. Das erste Mal Sex war mir jetzt 17. Deine Zahnspangen hast du überhaupt noch? Nein, die habe ich nicht mehr. Hat dich gestört beim Kissen? Äh, ja, das ist eigentlich recht gut gegangen. Ähm, ich weiss halt nicht wissen, ob man hier gegenüberliegende Person spricht. Hast du nie ein schlechtes Feedback bekommen? Äh, nein, nicht direkt. Nicht direkt, nein. Zum Schluss, sag mal Schlüssel. Ich bleibe mein Schlüssel. Schlüssel. Du kannst es ja. Ja, ich kann es voll. Ich weiss aber auch nicht, wieso das passiert ist, aber Schlüssel. Schuhe. Suche. Darfst du mir auch noch eine Frage stellen? Wie viel gibst du im Jahr für Weihnachtsgeschenke aus? Weisst du, es ist so schwierig zu sagen, so pro Person, so und so viel. Wenn ich jetzt finde es so gut, dass meine Mama da brauchen kann und ich lese, dann gebe ich auch gerne nur für sie 200 Std. aus. Cool. Kommt drauf an. Ja, aber danke vielmals, Nemo. Danke dir, Ramona.